Wenn mich jemand fragt, bist du glücklich mit deinem Leben, was soll ich dann darauf antworten? Für eine verheiratete Frau mittleren Alters sind Dinge wie Einkommen, Liebe und Familie von großer Bedeutung. Aber ich bin eine Frau ohne geregeltes Einkommen, ohne stabile Familienverhältnisse und in einer Ehe, in der die Liebe längst Risse bekommen hat. Ich kann nicht behaupten, dass ich glücklich bin. Aber meine Kindheit war glücklich. Papa und Mama arbeiteten als Lehrer auf dem Land und ich war damals noch ihr einziges Kind. Ich erinnere mich genau, wie ich jeden Abend zu den Geschichten vom braven Lämmchen und der Wolfgroßmutter ruhig einschlief. Und jeden Morgen, sobald die Glocke auf dem Schulgelände zum Aufstehen läutete, ging ich mit Mama und ihren Schülern zur Gemeinschaftsgymnastik. Ich bin eine Sonnenblume. Er strahle unter dem Glanz der Sonne. Die Partei ist die Sonne. Ich lausche dem Vorsitzenden Mao mit Wonne. Selbst aus der damaligen Radioübertragung auf dem Schulgelände konnten Lehrer und Schüler meine Kinderstimme heraushören. Später, nachdem erst der eine, dann der andere Bruder geboren worden war, wurde ich zu meinen Großeltern väterlicherseits geschickt. Als dann die Verantwortung für Agrarboden an die Haushalte übertragen wurde, versuchte Papa gierig, Land und Nahrung zu sichern. Hinzu kam, dass Oma und Opa alt wurden und Pflege brauchten. Daher entsandte er die lediglich als auch Aushilfslehrerin arbeitende Mama mit gebieterischem Ton ins Heimatdorf, um die Felder zu bestellen und sich um seine Eltern zu kümmern. Von dem Moment fing die Tragödie unserer Familie an. Auf dem 0,4 Hektar Land, die sie eigenverantwortlich bestellte, gab es Unkraut, das höher wuchs als das Getreide. Mama hatte von morgens bis abends alle Hände voll zu tun, den Boden haken, düngen, bewässern, Insektengift versprühen und obwohl sie ackerte, bis ihre Hände von Schwielen übersät waren, war der Ertrag begrenzt. Im Dorf kochte man über offenem Feuer, dessen Rauch meiner Mutter die Tränen in die Augen trieb, doch nach einer halben Ewigkeit war das Essen noch nicht gar. Papa aber blieb in dieser Zeit in den Bergen und weil immer mehr Schüler aus seinen Klassen es schafften, in die Fachoberschulen zu kommen, genoss er bald einen hervorragenden Ruf. Langsam begann er auf Mama herabzusehen, während sich ihr Hass auf seine gebieterische Art steigerte. Sie stritten und schlugen sich und ließen sich 1985 schließlich scheiden. Nach der Scheidung suchte sich meine Mutter, um ihre Träume zu verwirklichen, meinen Stiefvater. Einen Arbeiter aus der Großstadt. Die Mutter meines Stiefvaters arbeitete nicht und Mama hatte keine regelmäßige Arbeit, sodass die ganze Familie vom Lohn des Stiefvaters abhing. Schließlich meinte er, die Brüder seien noch klein und könnten weiter die Schule besuchen, aber ich sei ein Mädchen. Früher oder später würde ich sowieso einer anderen Familie gehören und so ließ er mich nicht weiter zum Unterricht gehen. Er schickte mich und Mama zum Jobben in ein Restaurant. Damals war ich erst 14 Jahre alt. Als ich klein war, sagte Mama immer zu mir, Wissen kann das Schicksal ändern. Aber jetzt quälten mich unablässig der Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit. Das Gefühl der Verlorenheit, wenn ich in die Zukunft blickte und die armselige Lage unserer Familie. In dem Moment, als ich die Schultore hinter mir lieste, hatte ich gedacht, ich könnte mein Leben ändern, sobald ich erwachsen bin. Aber jetzt stand ich vor meinem Leben mit einem Gefühl der Ohnmacht. Leider waren die Aussichten der Textilfabriken unter den staatlichen Umstrukturierungsplänen für die Industrie alles andere als rosig. Geschlossene Fabriken, schrumpfende Produktion und Arbeiter, die auf Beschäftigung warteten. Mit den Reformen mussten die Fabriken sich selbst managen und den Markt anpassen. Wenn also die Fabrik keine Rohmaterialien geliefert bekam oder zu viele Produkte im Lager angestaut hatte, wurden die Arbeiter beurlaubt und erhielten nur das Nötigste zum Überleben. Ende 2006 erklärte die Firma urplötzlich, sie sei Bank. Sie war eh mit dem Lohn ein halbes Jahr im Rückstand und das Frühlingsfest stand vor der Tür. Die Arbeiter traf die Nachricht daher wie einen Schlag ins Gesicht. Ohne Arbeit, kein Einkommen und jede Familie hatte Alte und Junge zu versorgen. Jeden Morgen beim Aufstehen hatte man die Realität vor Augen essen zu müssen. Unsere Fabrik befand sich in der Nähe einer kleinen Station der Long-High-Bahn-Strecke. In unserer Hoffnungslosigkeit und Wut liefen wir spontan hin und blockierten die Gleise. Man musste doch die Zentralregierung wissen lassen, dass die Arbeiter nichts zu essen hatten und nicht überleben konnten. Den Bahnhofsangestellten war es nicht möglich, die dunkle Menschenmasse, die auf die Gleise stieg aufzuhalten. Sie schrien sich die Seele aus dem Leib, aber ohne Erfolg. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Fall Ebene um Ebene weiterzuleiten und schließlich dem Amt für öffentliche Sicherheit zu melden. Eine Spezialeinheit zur Aufstandsbekämpfung und die Ordnungskräfte aller Security-Firmen kamen in Polizeiwägen unter dem Sirren der Sirenen herbeigeilt. Wie ein Adler ein Küken greift, holten sie uns von den Schienen. Danach wurden von allen Fotos gemacht, schließlich ging die lokale Polizei in jede Familie und jeden Haushalt der Fabrik, um die Anführer ausfindig zu machen und zu bestrafen. Aber letztlich normalisierte sich die Situation wieder und irgendjemand kümmerte sich um uns. Als die Firma aufgekauft wurde, erhielt man für jedes Dienstjahr 500 Yuan Ausgleichszahlung. Auch wenn wir nicht zufrieden waren, bedeutete es jedoch für jede Familie etwas Geld in der Hand und zumindest eine momentane Einkommensquelle. Danach kamen dann verschiedene Externe in meine Firma, um uns für Arbeit in den Städten an der Küste anzuwerben. Das gab den Arbeitern wieder etwas Hoffnung zurück. Aber damit wurden natürlich Familien auf zwei Orte verteilt, womit die Scheidungsrate unter den jungen Arbeitern rasant anstieg. Und wir? Mein Mann, der keinen Freundeskreis hatte, blieb zu Hause und beschuldigte Himmel und Hölle. Ich aber ging fort, um mehr Arbeit zu suchen. Ich habe es da seid, da seid ihr�를. Ich bin unter andet, ich bin ein Partner dieser retiree, ich bin unter andeあれ. Ich werde ich dann wieder aufkrället verötet werden, dass er uns, dass er davon leid so braucht. Ich werde ich drauf, wenn euch Crazy goben, Ich碰 den Vors microwmez etwas Da,